Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us im Multiplayer und mit dabei natürlich wieder Brugger, Fogger und der Sorbus. Hallo! 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 Bei mir schafft Maria gerade eine Machete. Oh ja. Bei mir wurden verbündete Überlebende entdeckt. Oha. Warum hab ich gar nichts? Jetzt muss ich so Missionen finden. Oh. So. Ich nehm mal was anderes, glaub ich, oder? Ich nicht, ich bin gut als Unterstützer. Find ich auch, find ich auch. Ja. Ich find die Kati super unterstützt. Ne, dann bleib ich in Angriff, komm. Ist egal. Billige Rüstung? Ah ne, ich will mir nichts kaufen, dann boostern. Das ist doch voll die Verschwendung dann, ne, wenn du stirbst oder wenn du verlierst die Runde. Er haltet 10% mehr. Ne, jetzt könnte ich gar nichts auswählen. Kann man sich diese Dinger nur ein einziges Mal auswählen pro Runde, oder wie ist das? Ja, kannst du. Dann sind sie weg, ja. Achso, dann sind sie weg. Okay, ich nehm nämlich immer irgendwie was. Achso, ne, deswegen. Gut zu wissen. Aber ich find das voll übertrieben. Du brauchst für so drei Schuss mit meinem Gewehr brauche ich 150 von diesen Schrotträdchen. Ja, aber du bekommst zum Beispiel für einen Kill bekommst du schon 100 und dann bekommst du eine Exekution. Da bekommst du auch noch irgendwie 50 oder 100. Okay. Da hast du die 150 zusammen. Ja, aber ich schieße, ich schieße, ich schieße ein, ich habe ja so ein Salvengewehr, ich schieße ja drei pro Papapam. Ah, ah, okay. Deswegen, überleg mal 150, stell dir mal vor, du wirst 250 Euro ausgeben für drei Schuss. Ist das nicht so? Okay. Ja, das ist mal ne hässlichere Figur von mal zu mal. Hippie, du. Ey, ich war die ganze Zeit ein stark pigmentierter und jetzt bin ich so ein, was bin ich so ein? Stark pigmentierter? Stark pigmentierter? Schau mal. Ja, ich darf hier nicht das hässlich sein. Der Fokar, unser Schweizer hier, politisch korrekt, guck's dir an. Jetzt bin ich irgendwie so ein Hipster oder sowas, weiß ich. Oh ja, ich habe einen Fischerhut jetzt auch. Was hast du denn? Fischerhut, ja. Ich finde, die wollen mit zum Gemütlichsten. Ach so, die Maps kennt ihr denn aber gar nicht, was? Das ist ja... Ich habe auch noch so eine Halbglatze, du. Das ist ja alles... Wie macht ihr Leben halt? Aus dem Singleplayer, die Maps. Nichts verraten, ich bin ja noch nicht. Also, hier an dieser Stelle trifft man auf Hitler. Auf Hitler? Ja. Auf dem Toten. Hinten rechts. An der Brücke. Aber ich sehe in der Exes. Also, wie gesagt, einfach mal markieren, war. Dann biete Punkte und wir sehen das. Und oben steht... Achtung, das Langbaum, bin ich da hinten, steht direkt einer. Wattbrugger, mach mal. Oh, shit, ich komme nicht mehr weg. Achtung, die kommen wir auf mir. Jetzt mach weiter. Hattung, noch eine Granate. Ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Arzt uns, Vorsicht vor uns. Wer sieht uns zum Glück nicht? Gut, 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 gut. Alles im Grünbereich. Jenga, ein bisschen zurück. Oh, fuck, hier sind zwei Stück. Drei Stück. Führung verloren. Bam, bam, bam. Hier ist direkt einer, der kommt gleich rum, der kommt gleich rum hier. Ich sehe, ist bei Sorbus, warte. Ich gehe kurz zurück, der kommt jetzt doch bestimmt die Treppe hoch. Da sind zwei, achten, da sind zwei. Yes, man, Headshot. Schon wieder sehe ich. Bits, Laura. Oh nein. Hab ihn, hab ihn, sehr gut. Hier ist noch einer bei mir, aber ich bin tot. Ah, oh Gott. Nein, schlag mich doch nicht, Mann. Das kannst du doch nicht einfach machen. Wo bin ich jetzt hier? Irgendwo in einem Wald? Irgendwo in einem Wald. Was? Ah, schieß man euch in den Kopf, du Sau. Ich glaube, wir sollten die Position wechseln, da ist es ziemlich scheiße, weil da sind nämlich alle Gegner gerade boh. Oh, okay, ich habe gerade eine neue exigentiert. Nein. Also, bei mir sind schöne Blumen, Moment. Oh, wenn ich so ein hässlicher Fudzi mit Vokuhila, du, aber oben überhaupt keine Haare. Warte mal, ich kann mal Fudzi, den sehe ich nämlich noch auf der Karte. Oh nein, ich will eine andere Waffe. Okay, die Gegner sind wieder zu dritt, also jetzt kommt unsere Chance. Wir gewinnen. Sie haben schon Angst vor uns. Was? Oh, fuck. Du musst ja nicht schlecht sein, weißt du, wenn ein schlechtes Teammitglied rausgeht dafür. Wie komme ich jetzt hoch? Wie kommen wir hoch? Theoretisch da hinten, aber ich würde erstmal hier unten bleiben. Nein, 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 geht da nicht lang. Die erwarten euch schon. Warte mal, lass mal zurück. Da oben geht auch noch ein Weg weiter. Das ist chillt Killer. Also die chillen da alle wirklich an diesem Damm. Die haben sich da zusammen gerottet. Okay, dann machen wir einfach drei Kills und warten da. Hier liegt was im Wasserflug. Ja, hier liegt was im Wasserflug. Ja, und im Skorn. Ist was im Wasser. Ah, man kann durchs Wasser gehen. Ja. Oder wir können auch auf dem Wasser wandeln, aber das ist nicht so cool. Aber halt geiles Setting, ne? Finde ich total cool. Oh ja. Also so Map-mäßig haben sie sich schon Müll gegeben. Uh, sieh die. Also sie beiden sind da oben und wir kommen von der anderen Seite. Achtung, nein. So, weg, weg, weg. Ja. Ob es klappt, ist da eine andere Sache. Wenn nicht, wir haben noch unsere Unterstützung von vorne. Theoretisch. Wenn die nicht gerade fällt. Oh Bro, die kommt gleich um die Ecke. Ja, ich seh's. Boah, das ist doch eine Sau. Woher weißt du, dass ich da bin? Haltet noch ein bisschen ein, wir sind gleich da. Der Chill killt schon wieder, boah. Müssen wir hier noch nach oben? Hinter uns, Bro, hinter uns. Ja, müssen. Oder hier lang. Wenn ich diesen Lauschmodus mache, sehe ich auch abzug keinen geben. Alter Schwede. Der haut mich direkt tot. Keine Chance. Ja, wo bist du jetzt? Chill killt, 97 hat das Spiel verlassen, 9. Ich bin vorne lang erstmal und bin jetzt beim Saubus in der Nähe. Saubus, komm mal an, warte mal. Hä, bei mir ist absolut gar nichts hinter mir. Hier sind gerade die Gegner, die tot sind. Ah, okay. Stimmt nur, weil ich so ein hässlicher bin, wollen sie mich die ganze Zeit töten. Das finde ich gar nicht nett. Auch hässliche Menschen brauchen Liebe. Oh, das ist ja süß. Patronenliebe. Ja, ganz viel ins Gesicht. Okay, wenigstens habe ich jetzt jemanden gefunden. Hallo. Boah, sag mal hier, ist das so nebelig? Oder war das immer noch die Rauchbombe, die der geschmissen hat? Nee, nee, das ist durch den Wasserfall, ey. Voll geil. Nee, aber es wird ja immer schlimmer, du, der Nebel. Kann ja sein, bei Uncharted war das ja auch, dass er in so ein Sandsturm gekommen ist, in Multiplayer oder sowas. Frag mich nicht, den habe ich nicht einmal gespielt. Okay, alles klar. Ich glaube, da vorne liegt noch eine Konserve, zumindest sehe ich da noch ein blaues Symbol. Ja, ja, ja. Vorsicht, da ist er, da ist er in deinem Auto. Sehr schön. Perfekt. Ich habe dir den Kill geklaut, sorry. Ich habe mal Sist gekriegt, passt. Ich kann eh nichts, von daher ist es mir sehr egal. Du kannst heilen. Ja, das ist mein einziger Job hier. Irgendwisschen rumzunieten. Ich komme bestimmt gleich von hinten. Ja, oder aus dem Heuss hinter, direkt vor uns. Moment, wir können jetzt die ganze Zeit campen, weil wir sind am Gewinn. Jetzt haben wir noch. Nee, das ist langweilig. Aha, das war auch nicht so ernst gemacht. Immer rein da, bis wir sterben. Camp, wo sind wir denn hier? So richtig chill-Killer-Style. Moment. Mit dem haben wir es jetzt, ne? Aber der ist doch auch. Ohne, hier ist eine, hier ist eine. So habt ihr noch markiert? Was? Ach Gott, ich dachte, was hast du denn für eine hübsche Lampe bei dir, Bruga? Da hast du so einen tollen Dings. Hier unten ist noch einer. Wenn da mal jemand kommt von euch. Ja, wir sind da. Irgendwo. Wenn ich wüsste, wo der Typ ist. Bats, Alter, und weg ist er. Ja, sauber. Sehr schön. Hä, hast du nicht Pfeil und Bogen, Sorbus? Äh, gewechselt. Achso. Nee, wollte ich nix. No. Oh, böse. Was hast du, den Kopf geschossen, oder was? Ja. Niedergeschlagen. Ich habe ja auch mein erster Weltkriegshelm auf. Die Finisher sind echt übel. Danke. Aha. So lang? Okay, geradeaus. Sind die, sag mal... Ich finde die Map irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Ja, ne? Durch den Nebel und so. Da ist einer. Ich gebe mir die Züge los. Hier, wow! Achtung, Achtung, Achtung. Oh, Oma, was hat denn der geschmissen? Ich bin direkt tot. Danke. Na, wir Bombegabler. Mach schon weiter! Achtung, hinter uns nicht, seiner. Und schon wieder tot. Das geht's doch nicht. Alter, ich helfe dir! Danke, danke. Nein, Achtung, Achtung! Das ist die Bombe! Komm! Wird schon wieder tot. Vorsicht direkt von uns. Mann! Ich bin weg. Da hatte ich einen Molotow-Kocktail und keinen einzigen getroffen. Oh, ich hatte ihn! Mein Gott, war das irre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, shit. Alter. Von Goldenen Schweden wurde ich exekutiert. Was so heißt er? Goldens W. Goldens W. Hätte wieder Goldener Sven mit W oder Sweden? Swing-Gürgen. Sie sind jetzt wieder bei dem Dings vorne, habe ich sie gesehen, eben bei dem Übergang vorne zum Wasserfall. Und irgendwie habe ich gerade beim Saubus jemanden gesehen. Echt? Okay. Kann ich mir aber auch nur eingebildet haben. Ich hoffe doch. Warte, hier unten ist einer. Hier unten. So. Deckt die andere Seite, dass da keiner... Tut mir leid übrigens, wenn ich euch die Exekution klaue, aber ich brauche die für eine Mission. Kills, Dealer, Kills, Dealer. Oh, fuck. Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt. Das sind zwei Stück. Oh, fuck. Okay, das war praktisch nicht so. Okay, versuchen wir uns an Strand jetzt mit Mollys und Nagelbocken und so weiter. Oh, Bruder. Aber es sind noch mehr. Da kommen gleich noch mehr. Da ist gleich noch einer. Ja, ab. Boah. Schmeißt doch nicht. Schreine mehr. Oh, die können auch von hinten kommen. Hinter dir. Genau da. Ich habe jetzt mal eine Schutzwester gegönnt. Mal gucken. Oh, nee, wir sind am verlieren. Das geht ja nicht an. Wir müssen uns vor allem mal dem Bruder helfen jetzt. Und hinten vielleicht. So, also, ja, egal. Das gibt es doch nicht. Der hat so eine Rüstung. Ich habe ihm nur die Rüstung abgeschossen. Puh. Puh, puh, puh. Ei, 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 ei. Da holt man sich ein schönes Maschinengewehr und schon, das ist wieder weg. Nein, nein, das behältst du. Echt? Ja, du musst ja ein Funktion nachkaufen. Cool. Na gut dann. So. Los geht's! Ich guck mal nach hinten bisseh. Weiß dann, weiß dann. Wir sind direkt vor uns. Ah, das jetzt doch nicht. Erzähl nicht. Ja, genau. Ich gebe den Headshot zu Schwein und er. Er geht gar nicht. Oh, danke. Ah, du warst da, ich helfe dir. Ich bin da, hast du noch nicht, denn deine Zeit ist noch nicht gekommen. Dramatisch, ne? Oh, wow, wow. Ich hätte auch noch muss. Ah, nein, 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 nein. Hilfe, 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 mein Schutzfesteswert. Wo, okay, rein, mit mal. Oh, shit. Ich meine, hast du ne Schutzweste? Huh, dann, wo? Komm, 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 komm. Ach nee, es war nur ein Pfeil. Kann mir mal jemand helfen, vielleicht? Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, okay, komm, komm. Okay, komm, nicht mehr, komm, nicht mehr, komm, nicht mehr. Oh, Gott, wie wärst du. nur mit bei dem mann sich nur mal sehr schön eine Schweine Bären gnadenlos daneben geschossen mehr das gibt es doch nicht schießt den Schweden ab der ist gleich tot schließt den Schweden ab wo bist du Schweden wenn ich nicht rechts hinter der Kiste nein da waren zwei Mann da waren zwei der eine hat den Schweden geheilt die haben mich gekillt das gibt es doch nicht aber der ist auch da und der Schwede ja und wir jetzt auch und drei andere stehen um dich herum und töten dich oh Gott die sind alle bei mir ich hab Angst das geht es doch nicht ist die Wester dann weg wenn man sie wenn man stirbt ja wahr ne 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 erst wenn sie kaputt geschossen ist echt ja okay die sind immer noch auf der Brücke die schlagen mich gerade zusammen mit dem Knüppel zu zweit sind sie toll ey so ich habe heute richtig schön Molotow Cocktail und es läuft sauber ich komme Achtung 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 die Bombe ist scharf Achtung um ne wenn ihr auch so irgendwas basteln könnt wie Molotow Cocktail dann äh würde das mal macht ein Bein das bringt's hart Moment hab ich gemacht dann stelle ich auch nochmal einen her oder zwei ich hab zwei hergestellt umso besser ab hier bieten Vorsicht na okay alles gut oh shit oh die Schweinebär die Schmeißer die ganze Zeit hier jawohl komm machen Blatt schön schön ich hab was getötet glaub ich ich bin nicht tot ich bin nicht tot komm wir holen uns das Ding noch warte ich hab mich erstmal ich hab null Leben gehabt eben ich dachte ich bin tot oh ein bisschen Anspannung ist da muss ich sein 0 oh Gott ah ich kann doch ich kann mein Messer basteln naja gut Vorsicht sowas fahrungsvolle einer liegt am Boden da sind sie Beide tot ist ja gut Mann egal wo ist mein ne der eine ist noch nicht tot oder doch doch kriegt noch so ein bisschen Achtung da kommen zwei von hinten zwei von hinten oh shit okay also wer jetzt stirbt der ist weg ja ich verarzt euch sehr schnell hab einen ich hab den Schweden komm nein das gibt's nicht wie das sich noch hinter die Mauer verkrochen hat die kommen jetzt bestimmt gleich wieder von der anderen Seite die kommen jetzt bestimmt hinter uns rein oh oh ich bin tot oh shit warte atme weiter ich helfe dir nein 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 mann shit alter verpiss dich ja hier echt ich bin tot ja hier echt ich bin tot ja ich hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn nein oh Sabus go mach ihn down rechts von dir vor Sabus eins gegen drei komm jetzt das packst du das packst du los Sabus schieß ja noch zwei noch zwei knappes Match go go du schaffst es ich hab keine Munition aber das ist schlecht kauf dir neu kauf dir neu wenn du kannst kauf dir neu so wo ist sie denn wo sind sie denn die sind genau hinter dir jetzt da kommt einer vor dir er kommt rechts und einer ist genau hinter dir hat einen Molotow Cocktail vorsicht der wirft den gleich er kommt rum und wirft ihn ja nein schade das war böse schade schade oh ich bin letzter aber immerhin war es knapp es war knapp wow das war echt ein spannendes Match ja nicht schlecht doch aber man kriegt trotzdem Teile ne also ja es ist nicht so als würde man Minus machen wenn man stirbt oh ich hab schon wieder drei Überlebende gewonnen ich auch na gut so dann werden wir jetzt aber hier auch nochmal Schluss machen und wir sehen uns bestimmt nochmal in der nächsten Folge wieder mit den drei Herren und mir und bis dahin wir verabschieden uns tschüss tschüss